Hey, das ist ja super! Über 10.000 Dollar! Oh, ich glaube, ich träume. Allerdings müssen Sie einige Ausgaben selbst bezahlen. Ja klar, Hotel und so. Ein Ticket. Und wie soll das funktionieren? Wo muss ich denn das alles beantragen? Bei der amerikanischen Botschaft? Sie haben aber auch an alles gedacht. Sie sind sehr interessiert in einem schnellen und reibungslosen Ablauf. Können Sie Englisch oder soll ich für Sie übersetzen? Nein, nein, mit meinem Schulenglisch steige ich da schon durch. Und auf den Rechtsanwalt kann ich mich verlassen? Ja, natürlich. Aber diese Formalitäten kosten eine Kleinigkeit. Und die Paramount zahlt es leider nicht. Wie viel? Das sind 500 Dollar für den Rechtsanwalt und 525 für die Papiere. 1025 Dollar? Ganz schön happig. Formalitäten zu besorgen ist sehr teuer in Amerika. Ich müsste es gern morgen mitnehmen, wenn ich zurückfliege in die States. Was? Kann ich das nicht überweisen? Mhm.